Hallo, ich bin Marie. Ich bin Auszubildende im ersten Lehrjahr als Mediengestalterin bei MoonMedia. Da auch wir aktuell von dieser Situation betroffen sind, haben wir uns dazu entschieden, mit der ganzen Ausbildungsabteilung nun im Homeoffice zu arbeiten. An meinem neuen Arbeitsplatz kann ich meine Aufgaben sowie auf der Arbeit auch zu Hause erledigen. Über die Chatfunktion bleibe ich mit allen meinen Ausbildern und Arbeitskollegen trotzdem in Kontakt, denn auch wir bleiben in dieser Situation zu Hause. Hi, ich bin Juliane und ebenfalls Auszubildende im ersten Lehrjahr bei MoonMedia und arbeite zurzeit im Homeoffice. Dies ist mein momentaner Arbeitsplatz, an dem ich alle meine täglichen Aufgaben erledige. Per Videokonferenzen und Chats bleiben wir in Verbindung miteinander und können uns so über die neuesten Informationen und Themen austauschen. Natürlich hoffen wir auch, dass ihr genauso wie wir zu Hause bleibt und auf eure Mitmenschen achtet. Abonnieren!